Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen sogenannten Print Button in eure Webseite einbauen könnt. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar habe ich jetzt hier wieder mein Visual Studio Code geöffnet. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier eine einfache HTML-Seite gemacht und hier habe ich kurz mal ein CSS-Style angelegt, wo ich einfach oben Margin 0, Padding 0 und eine Hintergrundfarbe gegeben habe. Und jetzt kann ich eigentlich hier das CSS direkt verknüpfen und jetzt seht ihr eigentlich hier auf der anderen Seite direkt das Resultat. Wie gesagt, heute gibt es einfach einen kleinen Button, einen Knopf, wo man draufklicken kann und dann solltet ihr einen Drucker natürlich installiert haben. Dann kommt ein Pop-up hervor, wo ihr dann die Webseite ausdrucken könnt oder als PDF abspeichern könnt. Und das möchte ich jetzt heute mal kurz mit euch gemeinsam bauen. Ja, wie immer, als erstes lege ich einfach mal einen Container an. Ich nenne ihn auch immer Container, einfach damit ich das Ganze schön designen kann. Ich mache jetzt mal kurz hier einen Titelprint hin, damit wir wissen, um was es genau geht. Dann können wir jetzt hier einen Button definieren. Hier, Button. So, ich nenne ihn jetzt einfach mal Class Drucken ohne irgendwelche Sachen. Wir werden dann hier später noch ein Icon raussuchen und dann können wir ihn auch ein bisschen stylen. Und als nächstes, nach dem schließenden Button hier, können wir eigentlich direkt die Textbox machen. Ich setze jetzt einfach mal Loren Ypsum Text hin, sagen wir von 50 Wörtern. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann können wir das kurz noch ein bisschen schön stylen. Also ich habe jetzt hier einen Titel, den wir hier noch kurz zentrieren. Text allein Center machen. Nichts Spezielles. Aber den Container, den müssen wir natürlich noch ein bisschen stylen, damit der ein bisschen schöner aussieht. Jetzt sieht er ein bisschen auseinandergezogen aus. Container, dann mache ich hier wieder Position absolut rein und dann zentriere ich den wieder, also wieder mit Top 50%. Left 50%. Und dann habe ich hier Transform, Translate, minus 50%, minus 50%. Wie man hier sehen kann, der Button ist hier drin. Hier haben wir das Ganze jetzt mal zentriert. Machen wir das Ganze noch ein bisschen schöner. Mache ich hier mal kurz die Box ein bisschen. Ich gebe ihm jetzt einfach mal einen Width von 300 Pixel. Text allein Center. Wie ihr sehen könnt, es sieht schon viel besser aus. Dann gebe ich ihm noch ein bisschen Padding von sagen wir 10 Pixel. Dann haben wir hier Margin von 30 Pixel. Also ein bisschen auseinandergezogen. Und damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht, gebe ich ihm jetzt noch ein Border von 1 Pixel in Schwarz. Und zwar Solid. So. Und jetzt können wir eigentlich direkt mal schauen, wie können wir hier den Button noch ein bisschen schöner machen, damit die Leute auch wissen, dass das hier ein Print Button ist. Denn jetzt ist es einfach ein Button mit zwei Kreuzen drin. Und ihr wisst ja, man kann einerseits den Button, die Icons von Ford Awesome holen. Hier. Aber heute zeige ich euch mal, dass man bei Google Fonds ebenfalls Icon herunterladen kann. Also hier unter Icons gibt es viele spannende Gratis-Icons, die man wirklich verwenden kann. Dann suche ich mir kurz mal nach Print. Und jetzt habe ich hier verschiedene Print-Möglichkeiten. Ich suche mir jetzt diesen aus. Und jetzt habe ich hier viele verschiedene Möglichkeiten. Da ich ja nicht in der DSGVO bin, muss ich ihn auch nicht herunterladen, sondern kann ihn einfach hier verlinken. Denkt daran, Sonst müsst ihr da wirklich mit einem Bild arbeiten und das ihr dann lokal abspeichern müsst. Ich muss das jetzt nicht. Dann kann ich es mir ganz einfach machen. Ich verlinke einfach hier den Befehl, den Link-Befehl zu diesem Style-Sheet von Google API hier rein. Ja, aber wie ihr gesehen habt, noch ist das noch nicht angezeigt. Also muss ich das Ganze noch ein bisschen designen und auch wirklich einbinden. Ja, und das kann ich natürlich direkt hier mal nachschlagen. Hier unten seht ihr jetzt Inserting the Icon. Dann könnte ich also diesen Befehl hier direkt dann hier einbauen. Also da kann ich dann hier den Span-Befehl nehmen. Die Klasse. Und dann wäre ja, dass da dieses Material outleted. Und jetzt seht ihr, ist eigentlich der Button hier eingebaut. Er ist nicht schön. Er ist nicht schön designt. Lasse ich jetzt alles mal so weg. Ihr wisst jetzt einfach, wie man ein Icon von Google Form auch hier einbauen kann. Damit er ein bisschen schön positioniert ist, mache ich jetzt trotzdem mal ganz einfach eine kleine Styling hinzu. Also ich mache jetzt einfach Width von 25 Pixel, Height 25 Pixel, also Breite, Höhe und Breite 25 Pixel. Dann mache ich hier Display Flex rein. Damit es zentriert ist innerhalb von dieser Klasse. Und damit wäre eigentlich alles erledigt. Ja, wenn wir jetzt aber hier draufklicken, dann passiert noch gar nichts. Hier kann man drücken, so viel man will. Es passiert einfach gar nichts. Und jetzt müssen wir also diesen kleinen Button noch mit einem JavaScript verknüpfen, damit wirklich der Druckvorgang gestartet wird. Ja, und wir wissen, wir möchten, sobald jemand auf diesen Button klickt, mit der Klasse Drucken, soll was passieren. Und jetzt baue ich hier einfach ganz unten noch kurz das Script ein. Also ich muss wie immer eine Konstante definieren. Ich mache jetzt einfach mal Button Drücken. Oder Drucken. Und dann muss ich natürlich schauen, ja, was muss er jetzt hören und was ist jetzt diese Konstante verknüpft. Und zwar ist es mit der Klasse Drucken verbunden. Die habt ihr sicherlich schon bereits gewusst. Und wenn ich jetzt da einfach mit Drucken arbeite, ja, wie immer schaut, dass ihr wirklich hier sauber arbeitet. Wenn ich mit Klasse arbeite, dann muss ich hier den Punkt setzen und sonst muss ich wirklich hier mit der Raute arbeiten. Also diesen Punkt nie vergessen. Ich mache das immer wieder sehr gerne. Ja, das ist mein Fehler. Ja, und jetzt kann ich eigentlich hier einen Event-Listener einbauen, der sagt, ja, sobald ich draufklicke auf diesen Button, soll Window Print starten. Und das setzen wir jetzt einfach mal um. Also wir haben ja hier den Namen definiert. Dann ist es hier dieser Event-Listener. Dann ist es der Klick, auf den er hört. Und jetzt kann ich eigentlich hier die Funktion starten. Also da könnte man jetzt eigentlich hier mit einer Funktion weiterarbeiten. Wir müssen das ja nicht, weil es ja einfach ein sauberer Befehl ist. Also können wir hier mit Window Print arbeiten. Aber denkt daran, auch der hat wie die meisten Funktionen zwei Klammern drin. Und dann wären wir eigentlich fertig. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sollte eigentlich die ganze Magie beginnen. Ja, damit man wirklich alles sieht, habe ich kurz das ganze Fenster umgestellt. Also wenn ich jetzt hier auf diesen Print-Button klicke, ja, dann sollte eigentlich hier, ich habe einen Drucker installiert, eigentlich auch alles angezeigt werden. Also hier könnte ich jetzt direkt drucken oder als PDF abspeichern. Ja, jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem, wie ihr hier sehen könnt. Je nachdem, wie ihr euren Drucker konfiguriert habt, dann hat man hier so einen weißen Rand oder eben nicht. Und jetzt gibt es hier eigentlich einen kleinen Print-Befehl, einen Media-Print-Befehl im CSS, den ihr eingeben könnt, damit eigentlich dieser Rand hier verschwindet beim Drücken, wenn ihr es erlaubt. Bei mir habe ich es jetzt nicht erlaubt, aber ich zeige euch trotzdem kurz diesen Befehl, den ihr hier sehen könnt. Also so lautet der Befehl at Media Print. Läuft er, also es ist eine Media auf dem Befehl Print, auf die Klasse Print. Und da sage ich ihm, ja, die Seite hat auch einen Hintergrund mit der gleichen Hintergrundfarbe, die ich ja hier oben schon definiert habe. Das wäre dann die ganze Geschichte. Ja, und jetzt habt ihr also einen Button, bei dem eigentlich wirklich der ganze Inhalt von eurer Seite ausgedruckt wird. So einfach geht das. Wenn du jetzt noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich versuche alle Kommentare und alle Fragen zu beantworten. Ja, vergesst nicht, meinem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, tschau.